Zwangsvollstreckung Notbremse umziehen Zwangsvollstreckungen ausbremsen, indem man vor ihnen die Flucht antritt, das ist normalerweise alles andere als meine Empfehlung. Manchmal geht es aber nicht anders. Wenn sich die Gerichtsvollzieher bei ihnen die Klinke in die Hand geben, Gläubiger, Tod und Teufel in Bewegung setzen, um ihnen ans finanzielle Leder zu wollen, oder das Finanzamt bedrohlich die Messer wetzt, hilft oft nur ein radikaler Weg, um ihre Probleme lösen zu können. Der Umzug Zwangsvollstreckungen ausbremsen durch Umzug, das ist nicht nur genial, das ist auch legal. Denn beispielsweise Schulden zu haben, ist kein Verbrechen. Und daher ist es auch ihnen erlaubt, in so einem Fall durch Umzug Probleme lösen zu können. Dafür steht ihnen nicht nur ganz Deutschland offen. Nein, wenn sie auf diese Weise ihre Probleme lösen wollen, können sie sich im gesamten EU-Raum niederlassen. Zwangsvollstreckung stoppen, ohne dass sie dadurch Nachteile erleiden? Auch das funktioniert mit dem Super-Trick namens Umzug. Natürlich haben sie dadurch zunächst einmal keine zustellungsfähige Adresse mehr in Deutschland. Was aber, wenn sie ihre Geschäfte weiterführen wollen und auch nicht auf ihre Einkommensquellen verzichten möchten? Ein verständlicher Wunsch. Und er steht keinesfalls ihrer Absicht entgegen, durch einen Umzug der Zwangsvollstreckung zu entkommen. Lassen Sie sich von mir in meinem Ratgeber Weiße Weste durch Umzug Schritt für Schritt zeigen, wie Sie auch ohne offizielle deutsche Postadresse jederzeit über alles ins Bild gesetzt werden, was Sie, Ihre Widersacher und Ihr Business angeht. Selbst die drückendsten Probleme lösen sich oft in Wohlgefallen auf, sobald Sie Ihre Zelte abbrechen. Natürlich dürfen Sie dem Einwohnermelderamt nicht sagen, wohin Sie verziehen. Das ist aber auch nicht Ihre Pflicht, sogar nicht bei drohender Zwangsvollstreckung. Es ist erstaunlich, dass so wenige Schuldner und andere Menschen, denen Zwangsvollstreckungen drohen, nicht auf diese eigentlich sehr einfache Lösung kommen. Wahrscheinlich, weil Sie denken, diese Art Flucht sei illegal. Ist sie aber nicht. Denn die EU liefert sicherlich jede Menge Anlass, an ihr Kritik zu üben. Aber zumindest in einer Sache ist ein echter Segen für Sie. Sie haben inzwischen in mehreren Dutzend Ländern Niederlassungsfreiheit. Wenn Sie also existenzbedrohende Zwangsvollstreckungen ausweichen müssen, ist der alte Spruch, ab in die Karpaten, durchaus wörtlich zu nehmen. Und ich bezweifle, ob es dort, in finsteren Rumänien, überhaupt sogar etwas wie eine funktionierende Post gibt. Glück für Sie, Pech für Ihre Gläubiger oder Ihren Gerichtsvollzieher. Natürlich, Probleme lösen Sie auf Dauer nicht, indem Sie ständig Verstecken spielen. Aber Sie schaffen es auf diese Weise, aus einer sicheren, nahezu uneinnehmbaren Deckung heraus mit Ihren Widersachern verhandeln zu können. Sie werden am Ende froh sein, wenn Sie noch ein paar Brosamen von Ihnen bekommen. Und es ist Ihr gutes Recht, als Schuldner mit Ihren Gläubigern Vergleiche auszuhandeln, bei denen Sie als Schuldner überaus günstig davonkommen. Dieser Ratgeber liefert Ihnen dazu die perfekte Grundlage. Weitere Neuigkeiten finden Sie auf der www.erfolgsunline.de Machen Sie es gut, bleiben Sie stark, Ihr Wolfgang Rademacher